Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Es ist mal wieder soweit, ich kann euch meine Kurse zu einem vergünstigten Preis anbieten. Und ja, das ist hier ein reines Werbevideo. Bitte klickt noch nicht weg. Ich möchte euch nur ein paar Informationen geben, wie ihr euch alle von meinen Kursen sichern könnt für einen ganz, 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 ganz geringen Preis. Nämlich, ihr wisst ja, dass ich meine Kurse über die Plattform udemy.com publiziere und diese Plattform gibt mir öftermals die Möglichkeit, einen großen Discount auf alle Kurse zu geben. Und ich möchte nicht, dass wenn ihr euch in einige von meinen Kursen einschreiben möchtet, dass ihr irgendwie zu viel Geld ausgibt und ich habe euch einfach mal alle von meinen Kursen in der Videobeschreibung verlinkt. Jeweils für 9,99 Euro zum Beispiel die Amazon Kindle Kurs oder Geld im Inhalt verdient Kurs, Online Kurs, wie man also praktisch Online Kurs erstellt und damit Geld verdient, auch den neuen Freelancing Meisterkurs, Shopify Meisterkurs, Facebook Werbeanzeigen Meisterkurs und so weiter und so fort. All das, wie gesagt, befindet sich jetzt in der Videobeschreibung drin und ich würde mich sehr freuen, euch in den Kursen dabei zu haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentarsektion. Nochmal, die Links sind in der Videobeschreibung. Sorry, dass das jetzt hier ein komplettes Werbevideo war, aber ich glaube, einige von euch haben sicherlich auf Discounts gewartet, weil derzeit kosten normalerweise die Kurse sowas wie 19,99 oder 24,99 oder sowas und 9,99 Euro ist dann da doch schon ein ziemlich großer Discount. Nochmal, sorry und vielen, vielen Dank, wenn ihr euch in die Kurse einschreibt. Wie gesagt, bei Fragen stehe ich euch auch jederzeit im Kurs zur Verfügung. Und wenn ihr euch in die Kurse einschränkt, dann einfach ein wögel. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns aufs